was geht ab auf dem pogo kanal ich will euch was schenken als schon lange angeteasert bin aber bisher noch nie dazu gekommen grund ich würde das ganze mit meinem blog kanal verbinden den bisschen hochpushen auf 1000 abonnenten ihr müsst dann video kommentieren problem ist mir ist nie eingefallen was für ein video ich auf den blog kanal hochladen soll das passt zu dem gewinnspiel hier gestern kann man will ein auf youtube short hoch in bezug auf pokémon go kleiner rückblick über die guten alten zeiten ein paar highlights und ja jetzt einfach darüber kommentiert und dann los ich das aus zu gewinnen gibt es ein book was dasselbe ist wie ein gotcha nur halt eine andere marke das sogar das ist auch das siegel leute habe ich nicht eigentlich auch eins aufgemacht kann sein dass ich noch eins finde ich habe in erinnerung dass ich eins davon aufgemacht habe ich mir ziemlich sicher also vielleicht gibt es zwei zu gewinnen dann gibt es noch meinen alten ball das sind schon mehr da drin mit dem bin ich seit ersten tag umgelaufen könnte man schon länger verpackung dazu habe ich glaube ich auch noch das kommt dann auch mit verpackung und zweimal dieses gotcha gotcha mongo ein ding da kann man glaube ich sogar merkel handys mit verbinden noch nie aufgemacht ich weiß nicht mal genau wie das aussieht aber es sei auch ein auto catcher genau das sind dann vier sachen wie gesagt möglicherweise fünf das heißt fünf leute können gewinnen ich hoffe das interessiert noch irgendjemanden irgendjemand kann das noch gut gebrauchen weil offensichtlich kann ich es nicht gebrauchen und ja ich brauche den platz weil ja möglicherweise wandere ich aus und da muss ich erstmal eine menge loswerden genau wie gesagt jetzt auf meinem blog kanal link ist unten in der beschreibung kommentiert einfach das short dann und bei 1000 abonnenten löse ich dann das gewinnspiel auf sie dann die vier beziehungsweise fünf gewinner mit so einem generator schreibt euch an und dann tauschen uns irgendwie aus dass ihr mir eure adresse gibt viel glück viel erfolg vergesslich pokémon groß dieses business